Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kurs of U Tech. Heute möchte ich ein bisschen anknüpfen an die letzte Folge Kurs of U hilft. Da ging es ja bereits schon um Windows 10. Allgemein gesehen haben wir über Windows 10 ja schon relativ viel gemacht. Wir haben Features gezeigt aus der Technical Preview und heute möchte ich euch mal zeigen, nachdem Windows 10 ja jetzt am 29.07. rauskam, möchte ich euch einfach mal zeigen, wie ihr kostenlos euer Upgrade durchführen könnt. Vorab sage ich mal, es schadet nicht, wenn ihr euch das Video von Kurs of U hilft mal anschaut. Wer sollte überhaupt upgraden? Das möchte ich hier nicht nochmal alles wiederholen. Was auf jeden Fall nochmal wiederholt werden sollte, ist, wer kann denn überhaupt kostenlos upgraden? Das sind die Nutzer von Windows 7, das sind die Nutzer von Windows 8.1. Die können kostenlos upgraden und ich werde heute eine Variante zeigen, die bei beiden Betriebssystemen funktioniert. Seid nicht irritiert, dass es ein bisschen verzögert, das Bild kommt. Das liegt einfach daran, dass ich das auf einer Labor-Workstation mache und die ist nicht bei mir hier zu Hause gerade im Studio, sondern die ist woanders und ich habe mich da über VPN, also über das Internet praktisch draufgetunnelt und deswegen ist das alles mal ein bisschen, ja grafisch nicht so performant, aber das soll erstmal nicht so weiter stören. Zum anderen kann ich sagen, dass ich jetzt mittlerweile auch ein bisschen Erfahrung gesammelt habe mit dem Upgrade. Ihr werdet gleich sehen, das ist kein großer Akt. Allerdings gibt es da derzeit bei dem einen oder anderen Gerät noch ein bisschen Probleme, deswegen vorweg schon mal, ein Backup kann auf jeden Fall keine schlechte Entscheidung sein. Entweder sichert ihr eure Daten nur oder ihr sichert gleich die komplette Festplatte, macht ein komplettes Image oder einen kompletten Klon von der Platte und legt das irgendwo ab. Kann auf jeden Fall nicht schaden, weil ich sage mal so, zu 100 Prozent funktioniert es eben noch nicht. Ich habe hier drei Rechner, auf den drei Rechnern hat das Upgrade an sich wunderbar funktioniert. Davon war einmal hier dieser Hauptrechner, über den ich gerade aufnehme, der hatte davor Windows 8 1 Pro. Wie gesagt, das Upgrade lief wunderbar, dann habe ich gemerkt, hoppla, die Treiber sind nicht aktuell. Musste die dann auch patchen, das habe ich natürlich jetzt am Anfang, habe ich gedacht, okay, alles klar, läuft alles wunderbar. Allerdings gab es dann mehrere Blue Screens, bis ich dann dahinter kam, Mensch, das war der USB und der Chipsatz Treiber. Die habe ich dann von der Herstellerseite gedownloadet, alles wunderbar. Das war, sage ich jetzt nicht wegen Product Placement Zwecke, sondern falls ihr das gleiche Problem habt, das war ein Gigabyte Mainboard von der Firma Gigabyte, bei dem dieses Problem eben auftrat. Dann habe ich hier noch ein Acer Notebook, gehabt mit Windows 8 1 Home und das hat auch problemlos funktioniert. Ich habe da auch gleich Nvidia Grafik Update gemacht. Denkt auch bitte an euren Virenschutz, auch der sollte Windows 10 fähig sein. Wer zum Beispiel G-Data nutzt, wie wir, der kann davon ausgehen, dass wenn er die aktuellsten Updates installiert hat, da ist jetzt erst was rausgekommen, dann ist der auf jeden Fall gerüstet für Windows 10. Macht vorher die Updates, macht vielleicht auch vorher mal ein Grafiktreiber-Update, kann auf jeden Fall nicht schaden. So viel zum Acer Notebook. Dann habe ich hier noch ein Dell Notebook mit davor Windows 8 1 Pro. Hat auch wunderbar funktioniert. Einige, sage ich mal, spezielle Features, die zum Beispiel Sondertasten betreffen und so weiter, die funktionieren jetzt nicht mehr. Das liegt aber einfach daran, dass diese Spezialsoftware, die Dell dafür gestrickt hatte, für den Laptop eben nicht für Windows 10 funktioniert. Der Laptop ist allerdings auch schon ein bisschen älter. Also das ist ein XPS-Modell, das eigentlich designt vor Windows 7 war mit einem i7, 8 GB RAM und einer SSD drin. Funktioniert aber sonst eigentlich wunderbar mit Windows 10. Gut, so viel dazu. Da habt ihr mal meine Erfahrung gehört damit. Wir fangen jetzt mal mit dem Upgrade an sich an. Diesen Link hier, den bekommt ihr natürlich über den Artikel auf unserer Website. Also wenn ihr auf YouTube schaut, einfach mal in die Beschreibung gucken. Da geht es zum Artikel dann und da ist der dann auch verlinkt. Wichtig ist halt, dass ihr erstmal die richtige Architektur runterladet. Das erfahrt ihr, wenn ihr in den Explorer geht und macht Eigenschaften auf Computer und dann seht ihr hier, okay, das ist eine Windows 7 X64 Workstation und die kann man jetzt dann ohne Probleme upgraden mit diesem Tool. Wir machen ein sogenanntes In-Place-Upgrade. Das heißt also, die Daten werden runtergeladen, gleich auf die Festplatte geschrieben und am Ende ist das Betriebssystem installiert. Wer langsames Internet hat, also sprich so, ja sag ich mal, unter 16.000, ich habe zu Hause 16.000 und wer so unter 16.000 liegt, dem würde ich empfehlen, kein In-Place-Upgrade zu machen, sondern ein Installationsmedium zu erstellen. Das werden wir jetzt hier gleich sehen mit dem Tool. Dann kann er nämlich das Ganze, wenn es wirklich gegen die Wand fährt, muss er das Ganze nicht nochmal neu runterladen. Das ist der große Vorteil von diesem Medium. Allerdings, wenn ihr das für zwei Architekturen runterladen wollt, also für 32 und 64 Bit, dann bedenkt, dass keine normale DVD ausreicht. Da braucht ihr dann schon eine Dual-Layer-DVD und ihr könnt das natürlich auch auf einen USB-Stick packen. Das ist natürlich auch eine elegante Variante. Dann denkt dran, 8 GB USB-Stick. Wenn ihr den habt, dann seid ihr gut dabei, dann funktioniert das optimal. Wir machen hier ein In-Place-Upgrade. Das heißt also, der wird das jetzt downloaden in der normalen Windows-Oberfläche und wird das dann installieren. Ich werde dann, wenn der Ladebalken durchgeht, mache ich das natürlich alles im Zeitraffer, damit ihr seht, was angezeigt wird, wie das aussieht. Aber damit es eben nicht die ganze Zeit braucht, weil das wird schon ein bisschen dauern. Also ich sage mal so, man sollte für diese Installation schon zwei Stunden einkalkulieren. Dann seid ihr gut dabei. Egal, was für einen Rechnertyp ihr habt, hängt auch immer von der Download-Dauer ab. Also bei mir hat der Download damals ziemlich lang gedauert, aber ich habe eben auch nur 16.000. Ja, jetzt wird hier runtergeladen. Ich würde sagen, wir machen jetzt gleich mal einen kurzen Cut oder beziehungsweise ich mache dann jetzt einen Zeitraffer gleich. Aber kurz noch eine Info, eine Info, die ich ganz interessant finde zum Microsoft-Verteilmechanismus. Wie haben die das eigentlich geschafft, Windows 10 für alle Leute jetzt so zeitgleich, so schnell auszurollen? Ganz einfach, die haben sich ein 40 Terabit CDN, also ein 40 Terabit Content Delivery Network zusammengemietet bei zig Anbietern weltweit, um einfach dieses Update ausrollen zu können. Weil man muss sich mal vorstellen, wenn so viele Leute gleichzeitig übers Internet sowas runterladen, das schaffst du nicht. Also das schafft auch kein Microsoft. Das heißt also, die mussten sich da was einfallen lassen und haben sich da dann dieses Content Delivery Network praktisch zusammengebastelt, zusammen gemietet und damit eben alle Nutzer das Update performant runterladen können. Dass das natürlich stellenweise dann trotzdem nicht funktioniert hat, liegt einfach daran, dass der Ansturm vielleicht trotzdem ein bisschen höher war zu manchen Peak-Zeiten, als sie damit gerechnet haben. Aber man konnte sich so ein bisschen behelfen, indem man einfach über einen Proxy-Server praktisch über einen anderen Standort runtergeladen hat. Dann hat das wunderbar funktioniert und ihr seht schon hier, also aus dem Labor habe ich relativ fixes Internet. Da sieht man gerade, da wird mit 5, irgendwas Megabyte pro Sekunde das runtergeladen und dann geht es doch relativ zügig. Wir machen aber trotzdem mal einen kurzen Cut und dann geht es gleich weiter mit den nächsten Installationsschritten. KONIEC 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt werden noch ein paar Updates abgerufen Und dann geht es eigentlich gleich ans Eingemachte Man sollte vielleicht noch dazu sagen, das ist mir gerade noch eingefallen, wie ich den Ladebalken gesehen habe Dass alle Daten eigentlich behalten werden Ist klar, man muss manche Sachen vielleicht nochmal neu einstellen Also wenn jetzt in Programmen irgendwas drin war Also zum Beispiel Voice-over-IP-Geschichten, Teamspeak, Mumble habe ich das halt gemerkt Dass da nicht mein Soundtreiber eingestellt war Den ich unter Windows 8.1 hatte Aber das lag einfach schlicht und ergreifend daran Dass der Treiber neu installiert werden musste Und dann kam das so ein bisschen aus dem Tritt Aber das habe ich dann mit drei, vier Mausklicks War das alles wieder eingerichtet Felix hatte zum Beispiel jetzt noch zu kämpfen mit einem Hintergrundbild bei sich Da hat er etwas Individuelles eingestellt Das kann natürlich noch passieren Aber ansonsten ist es eigentlich relativ wartungsarm Oder relativ nacharbeitungsarm Klar, also manche Sachen, die jetzt ziemlich speziell sind Da muss man ein bisschen aufpassen Aber ansonsten sollte es eigentlich laufen Genau So, jetzt geht es ans Eingemachte Jetzt könnt ihr nämlich nochmal auswählen Was eben übernommen werden soll Und hier kann man nochmal individuell einstellen Was eben behalten werden soll Ich würde sagen alles Man kann aber auch sagen nichts Dann wird praktisch das Windows Blanco installiert Und ihr habt dann ein ganz frisches Windows 10 Aber wir wollen ja zeigen, wie der Upgrade-Vorgang vor sich geht Ja, dann würde ich sagen Wir gehen jetzt hier mal auf Weiter Und jetzt dauert es wirklich ein bisschen Deswegen jetzt nochmal alles im Zeitraffer Und dann werde ich mich gleich nochmal melden Wenn dann dieses Upgrade durchgelaufen ist Das heißt, wir gehen jetzt hier auf Installieren Und jetzt wird das Teil auch mehrmals neu starten Und ich habe, wie gesagt, das Ganze in der Laborumgebung gemacht Damit wir auch die Reboots und alles mit nachvollziehen können Und ihr seht dann auch in dem Zeitraffer, wie das aussieht Wenn so ein Upgrade auch wirklich funktioniert Und nicht nur einfach, ja Dass ich dann zeige Hurra, es ist fertig Sondern ihr könnt auch wirklich mal anhalten Kurz im Video und seht Aha, so sieht es aus Und dann vielleicht eventuell vergleichen Mit eurer Installation, die ihr an eurem Rechner durchführt Bis zum nächsten Mal 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, sozusagen willkommen zurück. Wir haben unser Windows 7 jetzt fast erfolgreich geupgradet und wir haben jetzt hier schon den Login-Bildschirm. Ich werde jetzt hier einfach mal mein Login eingeben und dann geht es auch schon weiter. Jetzt kann ich noch einige Einstellungen tätigen. Ja, ich sage mal so, wir gehen jetzt trotzdem mal auf Anpassen, aber im Wesentlichen geht es jetzt eher so um, was soll denn an Microsoft zum Beispiel gesendet werden. Ja, da kann man natürlich hier das ganze Zeug hier deaktivieren. Letztendlich muss man natürlich dann immer überlegen, was man denn haben will. Es hilft, wie es halt so oft ist, immer der Profilerstellung. Und mit der Profilerstellung kommt halt auch die Qualität dann irgendwann durch. Ganz einfach, damit solche Dienste wie Cortana oder auch, sagen wir mal so im Google-Umfeld, kennt man das ja schon länger, diese digitalen Assistenten, damit die zuverlässig funktionieren. Ja, noch ein paar Einstellungen zum Browser. Da kann man natürlich auch einstellen, ob man Daten an Microsoft schicken möchte und da irgendwelche Browser-Daten beziehen möchte. Das lassen wir mal alles auf dem Standard. Ihr könnt euch das ja in aller Ruhe durchlesen. Ich, wie gesagt, habe das alles erstmal auf dem Standard gelassen. Man könnte hier zum Beispiel auch die Fehlerdiagnose ausschalten. Letztendlich hilft das natürlich der Verbesserung des Betriebssystems. Ganz klar, wenn man das deaktiviert, eben nicht. So, jetzt hier werden ein paar neue Apps vorgestellt. Natürlich ganz groß der Microsoft Edge. Gehen da auch mal auf weiter. Und jetzt wird es nochmal sehr bekannt für Leute, die schon Windows 8 einsetzen oder Windows 8.1 einsetzen. Die werden jetzt gleich den Bildschirm kennen. Hallo. Und jetzt genau der PC wird vorbereitet und dann wird man jetzt gleich auf die Login-Maske kommen. So, jetzt sind wir hier auf dem Windows 10 Desktop und ihr seht schon, das Upgrade war erfolgreich. Und wir können jetzt Windows 10 bereits nutzen. Wir werden uns jetzt nochmal ganz kurz den Explorer anschauen und dann nochmal schnell hier auf die Lizensierung gehen. Und jetzt sehen wir hier, okay, wir haben jetzt hier Windows 10 Pro, 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 genau. Und das Ganze ist aktiviert und wir haben das Upgrade praktisch erfolgreich vollzogen. Was ich jetzt noch empfehlen würde, ich würde jetzt mal unten in die Taskleiste gehen, die ist ja jetzt wieder da und würde jetzt mal auf Einstellungen gehen und da würde ich nochmal nach Updates prüfen, weil da gibt es Erfahrungsgebäß gibt es da nämlich noch Updates. Ja, noch ein kleiner Tipp für Virenscanner, die ihr gekauft habt, installiert habt, da müsst ihr ganz dringend was unternehmen, nämlich überprüft bitte, ob das Teil wieder richtig funktioniert. Das kann sein, dass der teilweise, wenn ihr ihn deaktiviert habt, bei manchen ist es notwendig, leider Gottes bei manchen Virenscannern, die zu deaktivieren. Bei G-Data kann ich sagen, muss es nicht unbedingt sein, aber es erhöht die Performance bei der Installation. Also zumindest bei der ersten Phase der Installation merkt man, dass es ein bisschen schneller geht. Gut, was bei G-Data aber sehr wichtig ist und das habe ich jetzt auch bei zwei anderen gemerkt, zwei anderen Herstellern, man muss auf jeden Fall manuell dann nochmal ein Update anstoßen, damit er das sofort checkt, okay, er ist jetzt auf neuem Betriebssystem. Er wird euch dann auch eine Meldung bringen, zum Beispiel bei G-Data kommt die Meldung, ja, die Lizenz ist bereits in Benutzung. Warum kommt die Meldung? Ganz einfach, weil die Lizenz auf dem Lizenzserver von G-Data natürlich mit Windows 7 oder mit Windows 8 gekoppelt ist. Und ihr müsst dann praktisch nochmal sagen, ja, okay, ich möchte jetzt diesen anderen aber überschreiben und dann wird es beim Lizenzserver überschrieben und dann bekommt ihr auch wieder Updates. Natürlich warnt euch der AV-Hersteller irgendwann und sagt, ich kann keine Updates mehr runterladen, was ist da los? Aber ich würde das trotzdem einfach machen, weil jede Stunde, wo er das nicht macht, ist halt wieder eine Stunde, wo eventuell Viren eintreten können. Und deswegen, sag ich mal, sofort updaten, gucken, ob alles wieder läuft. Das gleiche gilt auch für Treiber, also da auch mal gucken, funktioniert da alles. Ich hatte zum Beispiel mit Sound-Lags zu kämpfen, hab dann letztendlich, blieb mir da nichts anderes übrig, einfach mal ein paar Treiber geupdatet, Chipsatz zum Beispiel. USB zum Beispiel auch, ist bei Gigabyte immer ein großes Thema, macht das Update dann gleich mit rein und dann läuft der Laden wieder. Dann ist das alles super, dann läuft es und schaut halt mal, welche Software nicht funktioniert. Das kann ja auch passieren und falls ihr wirklich Software habt, wo ihr sagt, okay, das funktioniert jetzt nicht, da habe ich Probleme mit, dann gibt es ja immer noch die Möglichkeit, unter Windows 10 auch virtuelle Maschinen zu erstellen. Da haben wir jetzt schon einige Videos zu gemacht, ich weise da mal gerne nochmal drauf hin. Schaut in unserem Channel einfach mal nach VirtualBox oder eben auch nach der Kaufalternative der VMware Workstation, wobei da gibt es auch mittlerweile ein kostenloses Produkt oder gibt es schon ziemlich lange den VMware Player. Aber die Workstation ist halt noch um einiges besser und guckt euch das mal an, vielleicht ist das was für euch und dann könnt ihr immer noch euer Windows 7 oder euer Windows 8 in einer virtuellen Maschine betreiben und könnt die Software auch weiterhin verwenden, die eventuell unter Windows 10 nicht geht. Also ich habe ganz wenig gefunden, also ich bin echt erstaunt. Das lief alles recht gut, auch die ganzen, gerade die Microsoft Sachen sind natürlich alle wunderbar übergegangen. Also ich habe hier Office drauf gehabt bei mir auf meinem Rechner. Ich bin Kunde vom Office 365 oder ja 365 von dieser Cloud Lösung und dann bin ich auch noch Kunde bei diversen anderen Geschichten von Microsoft. Das hat es wunderbar integriert und das hat wunderbar funktioniert. Also da muss ich wirklich sagen Hut ab und ich hoffe, dass es jetzt auch so weitergeht. In diesem Sinne viel Erfolg und beim Upgrade und solltet ihr, sag ich mal kolossal gegen die Wand fahren und braucht ein bisschen Hilfe oder was oder auch so vorneweg gleich mal noch ein paar Fragen, dann schaut euch einmal natürlich das Video an, das wir gemacht haben, also QSO4U hilft. Wann sollte ich denn überhaupt upgraden? Das findet ihr hier auf unserer Website oder natürlich im YouTube Channel und wenn ihr natürlich Probleme habt, geht in unser Forum, hier oben Community und da könnt ihr natürlich Fragen stellen und wir werden euch dann helfen. Das ist ein Forum, das wollen wir jetzt wieder ein bisschen auffuschen und ein bisschen vergrößern. Deswegen registriert euch da, schreibt dort Beiträge. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Gut, in diesem Sinne macht es gut, bis zum nächsten Mal. Lasst euch nicht zu sehr verarschen von irgendwelchen Leuten, die sagen, ihr müsst unbedingt updaten, das müsst ihr eben nicht. Und klar, es wäre schön, aber überschlagt euch nicht deswegen. Also in einem halben Jahr, wenn ihr es immer noch macht, ihr bekommt es immer noch kostenlos. Deswegen schaut euch das Video an, da seid ihr echt gut beraten. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Steffen Kolb von QSO4U Tech. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.